So YouTube, herzlich willkommen zu Woche Nummer 23. Ich hab's nämlich eben schon versucht aufzunehmen und da wusste ich die Wochenanzahl nicht, weil das alles so hin und her und so. Ihr wisst ja schon selbst, wie es ist. Aber zu Woche Nummer 23, der Top 5 Plays of the Week. Und heute kommen wir zu der kürzesten Episode, die wir bisher hatten. Und zwar zu einer ganzen zweiminütigen Episode. Und danke an Platz 1 übrigens nochmal, komme ich aber später mal darauf hinzuzusprechen. Denn der Platz Nummer 5 ist in Black Ops 1 auf der Map Jungle erspielt. Ich hoffe, die Map heißt Jungle. Ich hab die früher so geliebt. Auf jeden Fall reißt sie hier insgesamt, glaube ich, 10 Kills innerhalb 15 Sekunden oder so. Extrem nice erspielt und vor allem einer, beziehungsweise der einzige Clip aus Black Ops 1, der mir eingeschickt worden ist. Und ich dachte, komm, Black Ops 1 lang nicht gezockt und dann einfach mal genommen. Aber eigentlich ja gar nicht so schlecht, deswegen hab ich die einfach mal reingenommen. Platz Nummer 4 von einem, ja, wie nennt man das? Entdeckerzonen. Was? Entdeckerzone. Dropzone-Spieler natürlich, ein insgesamt 7 Mann. Alter, Entdeckerzone. Alles klar, Feder. Ein 7 Mann-Feed, sorry für die kleine Unterbrechung. Aber ich nehme das One-Tech jetzt auf. Zu Platz Nummer 3 ein weiterer MOAB-Streamer, glaube ich auch, so wie ich. Und spielt hier frei für alle, unter anderem mein Lieblingsmodus. Und wechselt hier einfach mal in diesem Spawn-Up-Check-Modus auf Heart Hit. Vor allem Modus, ich denke eher, das ist ein Spot anstatt ein Modus. Und macht insgesamt 10 Kills mit der MSR in einem perfektem Feed. Und es werden 100% wieder Leute ankommen, ihr habt es doch locker gehackt und sowas. Aber nein, Leute. Egal. Platz Nummer 2 von meinem Kumpel-Ex und Sorry-Ex. Ich wollte dich unbedingt eigentlich auf Platz 1 bringen. Aber, nun ja, Platz 1 ist wesentlich besser als das hier. Aber, unter anderem, insgesamt ein Triple-Headshot direkt am Anfang und insgesamt ein Quad-Feed. Aber, Triple-Headshot mit einer Patrone, ne? Leute, was muss jetzt wohl auf Platz 1 sein? Denn, ich habe keine Ahnung. Das ist einfach PC-Gaming, was jetzt hier kommt. Das ist Hardcore. Ich weiß gar nicht, welcher Modus das ist. Ich denke mal, Hardpoint war es nicht. Doch, Hardpoint. 9 Mann, 18 Mann insgesamt. Und einfach, wow. 25 Kills in 30 Sekunden. Leute. Wo habt ihr sowas schon mal gesehen? Und übrigens, danke nochmal an dich. Du hast für eigene Musik gesorgt in meinem Video. Finde ich super. Super. Ähm. Das Ding ist, hätte ich jetzt ein Beat hinterlegt, dann wäre das doppelt übereinstimmig. Oder ich hätte die Lensone einfach weglassen sollen. Aber dieser Clip ohne Sound wäre ziemlich langweilig geworden. Deswegen habe ich ihn einfach genommen und einfach brutal. Das passte gerade, weil gerade die Brutal-Metalle kam. Egal, falls du aus, welche Klipzer schickt sie mir einfach an. Diesen Formular, was ich gerade im Hintergrund sehe. Aber egal, ich habe schon wieder so gelitten. Also Leute, haut rein. Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.